Ich bin ready. Ich habe bestes Wetter mitgebracht, denn es regnet und was macht man natürlich bei Regen richtig? Ein Windrad besteigen. Da oben geht es jetzt rauf. Ich wurde von Enercon eingeladen, mir das Ganze mal anzugucken. Ich bin mega gespannt, freue mich drauf und ich würde sagen, legen wir auch direkt los. Ich bin ready, aber die allerwichtigste Frage ist natürlich noch, wie hoch ist das Ganze überhaupt? Die Turmhöhe sind 131 Meter und oben auf dem Dach 140 ungefähr. Wie lange brauchst du denn? Wenn es schnell ist, 10 Minuten. Gut, also wir sehen uns in 30 Minuten. Ihr müsst auch mal den Blick hier hoch genießen. Ja, und da geht es gleich hoch. Man sieht das Ende noch nicht, aber wir werden es gleich gemeinsam erkunden. Ja, die ersten paar Meter haben wir. Ein bisschen was haben wir noch vor uns. Ich gehe mal weiter. Ja, ich muss sagen, ich war gerade die ganze Zeit an der Leiter. Da ist man völlig fixiert und konzentriert sich. Und man hat ja auch immer wieder diese Platten hier unten. Ich glaube alle 20, 30 Meter, die man dann zumacht. Das heißt, man kriegt von der Höhe erstmal gar nicht so viel mit. So, genug verschnauft. Ich klinge mich wieder ein. Und dann greifen wir mal die letzten, oder die nächsten, ich weiß nicht wie viel noch kommt, Höhenmeter wieder an. Anstrengend, aber macht echt Spaß. Ich bin übrigens klitschnass. Parcours im Windradkopf. Ja, hier kann man jetzt wieder gerade stehen. Das ist entspannend. So, ihr müsst euch vorstellen, wir sind jetzt gerade in diesem Rotorblatt hier drin. Und unter mir geht es quasi 130 Meter runter. Und die Akustik ist natürlich auch ganz spannend. Hier ist ein Echo drin. Hört ihr das? Eins, zwei, drei. Jetzt schalten wir hinten. Der eine oder andere kann sich schon denken, was jetzt kommt. Aber ihr seht es gleich selbst. Ich stehe auf dem Windrad, ey. 130 Meter in der Höhe. Ich muss sagen, ich habe es richtig genießen gelernt. Ich finde es geil. Wer auf der Suche ist nach einem spannenden Job, der Herausforderungen liebt und auch ein bisschen das Abenteuer, der ist hier genau richtig bei Enercon. Vielleicht könnte das hier demnächst euer Arbeitsplatz sein.